Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns dem Thema Standard Airline Schienen. Hier fangen wir mit dem Klassiker unter den Airline Schienen, der eckigen mit einer Breite von 34 mm und einer Höhe von 9,6 mm. Hier haben wir die Alternative zur eben gerade gezeigten Airline Schiene. Es ist die Slim Version von der eckigen mit einer Breite von 25 mm und einer Höhe von 9,5 mm. Alternativ zu den eben gerade gezeigten eckigen Schienen haben wir noch hier die halbrunde Variante im Standardbereich mit einer Breite von 50 mm und einer Höhe von 11,5 mm. Auch von der halbrunden Airline Schiene haben wir eine Slim Variante mit einer Breite von 40 mm und einer Höhe von 9,5 mm. Unsere Standard Airline Schiene eckig und halbrund gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Ungebohrt, B25 gebohrt, das heißt alle 2,5 cm im Bohrloch oder B75, das heißt alle 7,5 cm ein Bohrloch. Alle unsere Airline Schienen haben einen Lochdurchmesser von 20 mm und einen Lochabstand von 25 mm. Wir empfehlen die Airline Schiene alle 7,5 cm mit dem Untergrund zu verschrauben oder zu verliegen. Alle Informationen und ausführliche technische Daten zu den Airline Schienen erhalten Sie bei uns auf der Webseite unter www.lasi24-shop.de Sollte weitere Fragen zu den Airline Schienen haben, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an info-at-lasi24-shop.de Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like oder ein Abonnement würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.